Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir fahren jetzt zum Händler und verkaufen den Anhänger, weil er das noch nicht funktioniert, wie er soll, beziehungsweise vielleicht kann man noch etwas testen. Das ist aber aktuell ein Niko. Ja und dann, also Lenkung ist jetzt wieder aktiviert. Das ist irgendwie saublöd, wenn du dann hier mit der Tastatur fahren sollst, obwohl du nicht mehr beworben bist. Weißt du, Anhänger auf Emil gedacht? Keine Ahnung. Ich fahr den mal zum Beruf. Kann ja auch sein, ne? Und die anderen BGH, da wird das gleiche Problem sein normalerweise. Na, das probieren wir jetzt nicht aus. Ja, ne. Nein, machen wir nicht. Ich fahr den mal hier in der zweiten Reihe. Blöd. Anführungszeichen. So, jetzt geht's gleich zum Original-Anhänger, der funktioniert. Was kann nur da, die Tastatur wieder, aber gut, das war echt nicht. Und die wollten ja noch Gülle verkaufen an die BGH, das geht ja auch noch. Das ist ja auch so ein Überführungskurs. Auf geht's zur BGH. Ich schreite hier nochmal um Frühfüttern, die haben noch ein bisschen Zeit. Auf laufe der Nacht. Die werden auch in die Position aller Laufende her auch entsprechend. Die werden aber wahrscheinlich Holz machen, ne? Wahrscheinlich. Wie gesagt, das ist eh weg, aber Holz. Also, müssen wir Holz machen. Anführungszeichen. Die brauchen ja irgendwann wieder Paletten, ne? Noch haben wir ja zwei welche, aber irgendwann, irgendwann sind alle, ne? Wie ihr wisst, seit gestern ist bekannt, dass ein neuer Diversier auskommt. Ein Pack mit einem John Deere, der Traktor, einen großen und mit vielen Anbaugeräten und Gruppen, sind aber sehr große Geräte. Das heißt, äh, wer eine große Karte spielt, äh, die Marsch, denke mal, wo es für geeignet wird, kann sich da sicherlich auch, äh, bedienen, ne? Ihr könnt ja die, äh, aktische Wahl kaufen, dann liegt das eure Entscheidung. Ich hab's sowas noch nicht. Ich denk mal, wird doch nicht kommen so schnell. Aber, äh, das ist eure Entscheidung, ob ihr jemanden unterstützen wollt, äh, wird ja in dem Sand nicht teurer, sondern auch nicht billiger. Aber, äh, das ist eure Entscheidung, ne? Freie Wahl, ne? Ansonsten, ich werd's über Steam bestellen, äh, einfach so, weil ich da alles bestellt hab bis jetzt, äh, fürs Spiel, und, das macht's einfacher, äh, man kann's über all dann auch, ne, bei Spiel, ne? Wenn ich ihn anrechne, man kann's dann kurz downloaden, ne? Fertig. Und der Käfer war nicht anfordern, ne? Wenn man nicht funktionieren sollte. Das ist immer gültig. Zwar gewonnen auf, äh, mein Ass Count, aber gut. Will da keiner weiter mit, äh, nutzen, ne? Ich glaub, jetzt in der Familie geht's sogar auch doppelt. Was ich weiß, aber... So. So. Das läuft schon mal. Jetzt noch mal ein bisschen Mist holen. Von den Kühen. Wir haben noch Mist noch zur Not, äh, bei den Schweinen. Und, dann könnten wir ja theoretisch auch Dünger verkaufen, bei Bedarf. Ich denk mal zur Zeit, äh, wir müssen ein Frühjahr selbst gebrauchen können, aber... ...und, dann können wir ja auch noch ein Frühjahr selbst gebrauchen können. Vielleicht kaufen wir uns hier einen größeren Anhänger für. Mal schauen. Und, dann werden wir ja auch noch蛇 von Besuchungen machen. Bei 14.000 sind ja nicht viel, ne? Fast, dann wird doch dämlich, ne? Oh, es geht Licht an. Ja, oder herz ist jetzt gott der Winter. dann haben wir unser erstes jahr mehr im jahr geschafft noch nicht das ist erst früher soweit das jahr geschafft haben dann fahren wir gleich wieder zurück zum missplatz und dann gehen wir gleich rüber zum rüber zum brauerei für der damen mal zurück unterbauen hier gibt uns ja viel rein von Schitt von Schitt von Scheiß Oh na ja, ein bisschen zu weit gefahren. Oh na ja, ein bisschen Gülle müssten wir auch noch haben, aber das ist halt mal so, eben sehr gut. Oh na ja, ein bisschen zu weit gefahren. Also die, ja gut. So ist das. Was haben wir überhaupt an Mengen, ne? Mal gucken. Mist haben wir, oh ja, das lohnt sich schon. Was ist denn vielleicht? Man sieht die Kühe soweit, 0,6. Ich hätte noch einige Spiele gekauft. 0,6, 0,5, 0,5, 0,7, 0,6, 0,7, 0,7, 0,6. Einer mit 0,2 oder 0,1? 0,4, 2, 3, da bleibt kurz kurz. Ach, 0,1. Ja, da. Na. Na. Bis bald wäre eine Mutter. Ja, kommen so einige nachher auf einen Schlag. Und dann hier unsere Ferkel, unseren großen Stahl, denn alle drei. Ja, das ist komisch. Das ist echt komisch, weil ich habe ja im Prinzip überlegen, ganz kurz, ich habe ja den gebaut, gleiche Stahl. Und der ist aufgebaut worden, also der gleiche, 100%. Und die sind faktisch nur einer als Mist. Klar, der auch, aber gut, das ist auch eine Frage. Aber warum ist der eine und andere nicht? Was voll? Keine Rupt. Oh. In welchen Regen? Also auf dem einen Feld habe ich Gerste ausgesehen, wo eigentlich keine Gerste rausholte. Aber wo mir das eingefallen ist, wo wir gesehen haben, war zufrieden. Beziehungsweise, das war schon, ja, so durch. Also, gut, wenn wir jetzt ein bisschen Verluste haben, mengenmäßig, aber, ja, wenn ich jetzt den Saatgut nehmen würde, was wir dann eigentlich kaufen müsste. Ja, gut, das war halt so, ne. Schlimmer wäre, wenn wir das, wir hätten das in den Sorter genommen, die im Winter nicht kaputt geht, ne. Also, entschuldigung. So. Ich kann eine Weile laufen. Beziehungsweise läuft schon mal. Dann muss ich mal ganz kurz zur Brauerei gehen. Und, ähm, müsste man mal ganz frech testen, ne. Obwohl ich es eigentlich nicht mag. Weil, das ist ja nun mal Wasser gedacht, ne. Also, ob der dafür funktionieren würde. Wäre so eine Mission, ne. Also, der hat Universal, SMF, Invasion, ne. Oh forcément, schonmal ein kann. Ich glaube! Na. Irgendwer so. Das muss ich auch nicht regnen, aber auch. Aber Main Kai, was wäre hier einfach so schwer gewesen? Es Clear Cottage muss ja keiner übernommen. Sehr geehrte Ehepse paraxt in der Installation. Wie white, dass der hier für alle Maal Prime Min Thiseren Genius ist DJ. Das ist wahr, ist irgendwie unbegriffig aufgefallen. Wasser hat er jetzt genug, also heiße genug, das wird nie reichen. Bierkasten, 17%. So, und Gerste, Hopfen, Malz, Malz muss auch noch weiter reichen. Erdpaletten, gut. Ich glaube, ich brauche einen Stapler hier, mal sehen, ob ich mein Team kommt mit einem Auto-Lot hänge. Und hier ist ja Hopfen. Den müssen wir noch herstellen. Gut, okay. Ist nicht so schlimm. Mit einem Gully, das können wir wegsehen. Aber ich werde es testen, wenn es keiner sieht. Zwischendurch. Dann mache ich hier mal kurz gucken. Bei Anhänger. Was da für Unterschiede gibt. Gibt es alle nur. Ein. Silo-Kippe. Ja, es könnte sein, dass der für Miel gedacht ist, zum Beispiel. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Ja, aber gut, das werden wir mal sehen. Beim nächsten Mal. Müll an sich habe ich noch nicht vor. Das ist aktuell zu viel. Also, beziehungsweise, weil das Geld auch fehlt. Aber nächstes Jahr haben wir mit Grand-Tippe Geld dafür. Jetzt ist der Anhänger, der Traktor, wenn wir hier umwegfahren, bringen wir zum Hof. Wir brauchen dann sowieso einen Traktor für, äh... Für unsere Kühe, Schweine, Kühe. Die Schweine haben ja von Takada. Die müssen eigentlich Kühe haben. Wir brauchen ja auch Futter. Wir brauchen ja Mischfutter jetzt nicht. Wir brauchen ja jetzt nicht. Wir brauchen ja Mischfutter jetzt nicht. Wir brauchen ja auch hier. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, das liegt daran, dass ich nicht schlafen habe heute Nachmittag. Aber ich war dermaßen weggerotzt. Also, dass ich nicht aufstehen mochte. Kommt vor. Da habe ich mir gedacht, na ja, bevor der hier ein PC einschlägt. Drecks mal in der Badewanne. Bade ist mal ganz gemütlich. Auch sehr, kein Stress. schon gar nicht beim spielen weil heute ist der freitag die folgen wollte ich ja heute mindestens fertig machen für die marsch später ich habe noch eine strobe da sind wir gleich mal entsorgen und zwar das ist gut nehmen wir den gelben kann man auch nicht reiben mit den gelben gerade so das war etwas gewesen die nase beim aufnahmerechnen musste ich erstmal die dinge einstellen die einstellungen für energie der sich nicht ausschaltet die bereitschaft geht beziehungsweise runter fährt ruhezustand dann läuft keine aufnahme das wäre schlecht so liebe schauer das soll es für die heutige folge gewesen sein die zweite montag hoffe ihr habt ihr montag gut geschafft dann sage ich immer tschüss und winke winke schau tschau ja es geht gleich weiter morgen dienstag und heute mit thüringen und mit der pfg denkt man wird nicht alle folgen schaffen aber vielleicht habt ihr spezielle interessen wo ihr dann konzentrieren könnt ich danke schon mal fürs reinschauen tschüss und winke winke schau tschau tschüss tschüss